Angst und Macht – Herrschaftstechniken der Angsterzeugung in kapitalistischen Demokratien Von Rainer Maisfeld, Verlag Westend Macht und Angst gehören in der politisch-gesellschaftlichen Welt eng zusammen. Macht hat für den, der sie hat, viele Vorteile und für diejenigen, die ihr unterworfen, sind viele Nachteile. Denn Macht erzeugt bei den ihr unterworfenen Angst. Da die Angst selbst wiederum Macht über die Geängstigten ausübt, haben diejenigen, die es verstehen, Angst zu erzeugen, eine sehr wirkungsvolle Methode, auf diese Weise ihre Macht zu stabilisieren und zu erweitern. Angsterzeugung ist ein Herrschaftsinstrument und Techniken zum Erzeugen von gesellschaftlicher Angst gehören zum Handwerkszeug der Macht. Diese Einsicht ist so alt wie die Zivilisationsgeschichte. Rainer Maisfeld, der bereits mit Warum schweigen die Lämmer ein fulminantes Aufklärungswerk veröffentlichte und damit auf den Bestsellerlisten landete, lieferte mit dem vorliegenden Buch eine extrem wichtige Erweiterung, die mehr denn je vonnöten ist. Stimmend zu seinen Bestseller Warum schweigen die Lämmer Eine so schmerzhafte wie brillante Endoskopie des gegenwärtigen politischen Systems. Mausfeld ist ein Volksaufklärer in der Denktradition Humboldts. Du weiss and Chomskis Ein Weckruf zur rechten Zeit NZZ mit seinem neuen Buch beflügelt Rainer Mausfeld die Sehnsucht nach Veränderung.